Energiepreispauschale wenn ich eine gesetzliche Unfallrente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage reinbekommen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Ich beziehe eine gesetzliche Unfallrente und keine weiteren Leistungen, also auch keine gesetzliche Rente, habe ich Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Nach dem Willen des Gesetzgebers, Stand 5.10.2022, haben Sie keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale. Die gesetzliche Unfallrente ist zwar eine gesetzliche Rente, aber sie ist nicht Anspruchsvoraussetzung für die Energiepreispauschale, die zum 15.12.2022 an Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt werden soll. Das heißt also, wer nur eine gesetzliche Unfallrente bezieht, hat keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. So steht es auch in der Gesetzesbegründung zum Gesetzesentwurf für die Energiepreispauschale geschrieben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.